Hallo Leute, ja heute mal wieder was aktuelleres und zwar werde ich heute wieder bekannte Jodelsprüche euch vorlesen und auch eventuell ein paar nachspielen. Also haltet euch fest, irgendwo und ja genießt es einfach. Bis dann. Tja, fangen wir doch gleich einfach mal an. Was macht ein Dieb im Zirkus? Clown. Was macht ein Elefant, wenn er seinen Lebensraum verlässt? Er begibt sich auf unbekanntes Tö-Rö. Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Spinat ist wie Sex. Wurde man als Kind dazu gezwungen, will man es als Erwachsener nicht mehr. Unser Postbote heißt Carsten. Ich nenne ihn liebevoll Brief, Carsten. Du Papa, was ist eigentlich ein Alkoholiker? Siehst du die vier Bäume da drüben? Alkoholiker sehen da acht. Da stehen aber nur zwei. Warum haben alle eigentlich immer einen Dreier? Wenn ich zwei Personen gleichzeitig enttäuschen will, dann gehe ich zu meinen Eltern. Warum lassen sich Türken ein Oberlippenbart wachsen? Damit sie mit dem Perso von ihrer Mutter in den Clubs gehen können. Das wäre aber echt krass, wenn ich so einen Bart als Frau hätte. Ich habe sogar schon eine gesehen, die ich hatte. Hier unten, ihr wisst ein Bart. Es gibt nur zwei Regeln zum Erfolg im Leben. Erstens, erzähl dir nie alles, was du weißt. Oh, hey, hey. Hi. Na und, wie geht es dir so? Gut. Hi, cool. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich stalker. Cool, ich gehe gerne schwimmen. Ja, ich weiß. Ja, Leute, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und lasst mich in den Kommentaren bitte wissen, ob ihr auch schon mal solche Sprüche losgelassen habt. Und wenn ja, welche. Jürgen kommt noch zu zwei weiteren Videos. Und dann würde ich mal sagen, adios amigos.